ich wollte euch mitteilen welche jahre heute ist. let's go hallo, hallo und herzlich willkommen bei Filma QL S. So gehen Sachen. Ich heiße Haken Nationaltäter. Heute geht es um das Thema neues welches Jahr heute ist. Es ist seit 1. Januar kam der neue Jahr schon. Ja, 2020 ist endlich vorbei. Ich habe diese Ruhe von 2020. Yep, ich habe endlich Ruhe von 2020. Endlich. Danke Gott, du bist der Beste auf der Welt. Und zwar heute ist es seit 1. Januar 2021. Es ist 2020. Es ist 2021. Genau. Und Freunde. Frohes gutes neues Jahr. Guten Rutsch ins neues Jahr. Ja. Und unten in die Kommentare schreibt Schreibt mal alle jetzt unten in die Kommentare. Danke. Ja. Weil, 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 man muss sich bedanken, ne. Das wisst ihr. Ja. So. Heute Thema ist. Ach, wie rede ich überhaupt? Ich meine, heute geht es um das Thema. Ich sage doch immer wieder. Heute geht es um das Thema Internet. Ja. Ja. Ich will ein bisschen mit euch ein bisschen Internet angucken. Ja. Oh. Was macht der? Wartet mal. So Freunde. Wir gehen auf Google. Los geht's. Freunde. Los geht's. Wir sind bei Google und schreiben einfach viermal QFS. Hier. Und finden wir. Und finden wir. Und finden uns schon. Hier. Sieht man alles. Oh yeah. Sechster Folge. Ja. 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 So Freunde. Weiter geht's. Also. Hier findet man schon. Aber. Was passiert. Wenn ich drei schreibe, dann kommt das ja raus. Da halt doch. Der hier. Ist schon vier. Ö. Vier Monate her. Fünf Monate her. Mhm. Krass. Nein. Äh. Mhm. Mhm. Äh. Was passiert hier? Was passiert là da? Grüße du örtest? Ja hier. Unigoster. Ja hier? Unigoster. faucart ich. keine ahnung 5 29 11 war besser der Lik die ich habe ich mich nicht mehr genug gesehen jetzt ist ihr was man tun kann ja Und ja, und auf jeden Fall so, ihr habt, ihr solltet jetzt in die Kommentare Danke schreiben, als ich gesagt habe, frohes, gutes, neues Jahr, habe ich gesagt, ja, ja, so nicht. Ich meine ja auch, so aber, meine, frohes, gutes, neues Jahr, okay, wenn einer von euch hier reinguckt, hier reinguckt, so, so, dann kommt das Schulterboxen, so, ja. Ja, ja, nicht nur in das Internet-Thema geht's heute, heute geht's heute Thema auch, wie der Vater und Sohn los geht's jetzt, in der Schule mit Lehrern diskutieren. Aha, was hast du, was hast du getan, mein Freund? Aber ich kann's dir doch nicht klären. Verschwindet vor mir, sofort. Ich bleib hier stehen. Ich bin nicht fett, ne? So, Gürtel weg, Gürtel weg, sofort, also. So, ich will nicht nochmal stressen, ne? Wie, wie Freitag. Was hab ich dir gesagt? Du sollst gut hin, aber du hast mich angelogen, ne? Also, ganz ehrlich, wenn, 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 wenn sie nicht den Gürtel herunternehmen, es gibt recht, ich sage gar nicht mehr. Ja, tu nicht so, als ob du nett bist. Tu nicht so. Du tust es nicht so, als ob du gut hin und du geschrieben hast, ne? Na gut, dann geb ich den allerletzten ab, ja? Ich bleib hier stehen. Also, ich hab zu ihnen immer wieder gesagt, sie sollen Gürtel weg, tun, ne? Sie hören mir einfach nicht zu. Ich will auch gar nicht, was sie sagen. Na? Wo soll ich ihnen gesagt? Gürtel weg, so was? Immer wieder zu sehen. Mein Gott, du gibst ja gar nicht hier. Ich hab ja immer gesagt, Gürtel weg, tun, ne? Warum kauften sie erst auf den Tisch? Ja, 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 weiß ich doch nicht. Tu nicht, tu sie nicht so. Weil, weil du mich langsam böse machst, du Penner. Also, wer Penner ist, du. Gürtel weg, schnell. Was hab ich damit zu tun? Geh dich jetzt mal nicht an, nicht an. Ja, warum bin ich hier? Mein Sohn muss doch in der Schule richtig lernen, oder? Der kann einfach nicht richtig lernen. Wie oft noch? Versteh mal, helf dich. Es reicht! Ich hab gesagt, dass mein Sohn in dieser Kasse ist. Gibt's ja gar nicht hier, ich hab's langsam gesagt. Was ich will, ist, dass mein Sohn endlich mal bei dir richtig lernt. Also, mein Sohn, was soll denn das? Oh, wenn es dir reicht, wieso schickst du mich dich einfach zu meiner alten Schule? Ja, das ist doch mal. Du bist so zwölf wiederholen. Ne, 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 ne. Nix wiederholen, nix wiederholen. Du bleibst schön in dieser Klasse. Du bist so weit in dieser Klasse gekommen. Du bist schön weit gekommen, und was jetzt? Also, mal ganz ehrlich. Sag mal ganz ehrlich, okay? wieso 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 tust du nicht was ich sage wieso wieso tust du nicht einfach für die schule immer zuhause playstation handy immer whatsapp schreiben immer tablet computer roblox was ist das war war du zockst du zockst nur eine stunde und nimmst den kotola und im käschen 4 zockst plötzlich zockst du den ganzen tag obwohl ich dir gesagt habe zocken du hast mir auch gesagt zocken ist schlecht für die augen und du hast es im brennen wegen weil du es schlecht siehst ja okay tamam du hast diesmal recht ich hab keinen ich hab den ganzen tag gesorgt zockt aber wieso weil weil es so ist ja ich hab dir immer gesagt ich hab euch immer ich hab dir immer gesagt du sollst nicht zocken mocken sondern bisschen über schule lernen und so weiter und dann einfach nur na null zocken nur kapital roblox minecraft fifa 20 fifa 18 fifa 19 fifa 20 immer dasselbe spiele spielst du kannst du einmal was für deine schule machen nein papa ich mache nichts für die schule ich kriege nie aus ganz genau habe ich dir auch schon bei fünften klasse auch gesagt jetzt bin ich siebten klasse und was jetzt es reicht alle beide aufhören jetzt zu diskutieren ja ich hab langsam satt dass ihr immer wieder am diskutieren seid ich gucke gleich die polizei wenn es so weitergeht ich gucke gleich die polizei wenn es so weitergeht ne ich rufe die polizei es reicht hallo polizei ne mann der 56 jähriger mann ich rufe mich mit gürtel es geht nicht mehr weiter ok gleich ganz ruhig willkommen so gut so gut so gut ey ey polizei ganz ruhig ganz ruhig polizei da polizei ist da polizei polizei alles gut alles gut weh und Und zwar ist er, alles gut. Und zwar ist er, alles gut. Was ist hier schon wieder los? Wieso gibt es hier wieder eine Diskussion? Ja, alles in der Mann. Ey, ich habe doch gar nicht, ich habe doch nicht, sie wissen ganz genau, dass sie nicht lügen sollen. Immer drum lügen, immer lügen, was ist das? Immer wieder lügen, ne? Ja. Es tut mir leid, ich wollte nicht ihn mit Gürtel bewerfen, es kommt nie wieder vor. Mein Sohn schreibt schon mit der schlechten Note und es bilden, ja. Gut, dass die Buzze. Okay, okay, wir gehen damit wieder. Nein, sie gehen jetzt nicht. Hä, wie meint ihr das? Ich habe noch einen maskierten Mann gesehen, der hat einen, der hat einen, er hat einer meiner Mundschüler entführt. Sie müssen sich unbedingt finden. Ich habe noch zwei. Oh, shit. Ich konnte ihn aufhalten und die Münchner befreien und das haben sie gut gemacht. Er ist jetzt schon auf der Wache und kriegt jetzt von uns richtig Ärger. Okay, bye. Freunde, ich muss das Video leider beenden, tut mir leid. Aber nochmal, volles gutes neues Jahr und schreibt mir mal unten in die Kommentare, danke für das Wort. Okay, Freunde. Tschüss, euer Akin Hassanadidas. Das schöne große Einführung von uns. Tschüss. 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 Tschüss.